So, die Stürze sind gepackt und jetzt geht's los. Sechs Minuten, letzten Kampf vor der Pause. Verlass der Wachtfläche an. Für den Gast. Wachtfläche an. Wachtfläche an. Wachtfläche an. Wachtfläche an. Das war's für heute. Sie können nicht durchgedraben. Und so gibt es die Passivitätsentlage für Asap-Examon. Weiterführung in der Wohnlage. Ein Punkt für Lyon. Und jetzt gibt es die Passivitätsentlage für Asap-Examon. Das ist die Passivitätsentlage für Asap-Examon. 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 Ein 9-80- peasants Away. Und dann können wir noch eight Jeden gehen. Gordi! 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 Die haben eine Verführung in der neuen Lage. Der 1-7-4-4, noch zwei Punkte bis zum Sieg. Auf geht's, Doni! Auf geht's! 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 Sieg! 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 Und wir haben uns gemacht, der 1. Punkt. 8 Cent für die Führung auf eine Note. Und Sieg! 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 Die letzte Punkt ist, die Hinterkampf mit 15.01. Technisch überlegen gewonnen. Vorher nochmal den von Toni Reisler auf der Wind 19 zu 4 gegen Garten am Examen. Sieg! 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 Sieg!